Willkommen bei ImmoNuke, der ersten Adresse für schöne Häuser und prächtige Gärten. In Animal Crossing Happy Home Designer kannst du jetzt für all deine tierischen Freunde die tollsten Wohnungen bauen und einrichten. Ganz wie es dir gefällt. Animal Crossing Happy Home Designer, nur für Nintendo 3DS. Melinda hat einen ganz besonderen Auftrag. Die Stadt braucht eine neue Schule und du kannst bestimmen, wie sie aussieht. Außerdem warten tolle Läden, Büros, Restaurants und vieles mehr darauf, gebaut und eingerichtet zu werden. Animal Crossing Happy Home Designer, nur für Nintendo 3DS.